Jahrelang wollte es bei Sarafina Wollny und Ehemann Peter nicht mit eigenem Nachwuchs klappen. Doch dann passierte das Wunder. Sarafina Wollny ist stolze Mama von den Zwillingen Emory und Kasai und der kleinen Hobangel Silvia. Vor vier Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir jemals Eltern werden und heute schauen wir auf unsere drei Wunder, unser ganzer Stolz. Ihr habt uns vervollständigt. Nichts wird unsere Liebe zu euch je in Worte fassen können, schwärmte sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account. Jetzt erinnert sich die 28-Jährige erneut an ihre Schwangerschaften zurück. Sarafina Wollny wurde mit ihrer zweiten Schwangerschaft überrascht. Nachdem Sarafina jahrelang versuchte, schwanger zu werden, ging ihr Traum dank einer künstlichen Befruchtung in Erfüllung. Bei den Zwillingen haben wir nach dem zwölften Tag des Transfers einen Bluttest gemacht, erzählt sie ihren Fans jetzt bei einer Fragerunde. Neun Tage nach dem ersten Bluttest kam der erste Ultraschall und da erfuhren wir auch direkt, dass es Zwillinge sind. Die zweite Schwangerschaft war dagegen nicht geplant. Bei der Kleinen bin ich wegen Schmerzen zu meiner Frauenärztin. Wir haben überhaupt nicht über eine mögliche Schwangerschaft gesprochen. Sie machte einen Ultraschall und sah eine große Zyste und dann einen kleinen Punkt und sagte, Entweder bist du schwanger oder da ist ein Gefäß, erinnert sich Sarafina. Zur Abklärung musste der TV-Star im Labor eine Urinprobe abgeben. Der Test war direkt positiv. Mit einer Schwangerschaft auf natürlichem Wege hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit lag bei einem Prozent. Hob Angel ist wirklich ein kleines Wunder. Hob Angel ist wirklich ein kleines Wunder.